Ich bin Mladen Gomercic, Papa von Marco. Er ist ein sehr talentierter Segler und im Jahr 2017 hat er alle sechs Regatten gewonnen in Deutschland, die er gesegelt ist. Davon ist besonders zu betonen, sind die Regatten in Berlin und Kiel und durch diese guten Ergebnisse war er dann der Erste in der Rangliste für Niedersachsen. Also das Bootsgefühl ist ganz, ganz wichtig und der Kurs. Es gibt mehrere Kurse und man muss aufpassen, dass zum Beispiel der Wind aus der richtigen Richtung kommt und dass man das Segel genug auf oder zu hat. Ich würde meinem Vater auf jeden Fall danken. Ich würde gerne auf die Europameisterschaft und auf die Weltmeisterschaft. Ich würde gerne auf die Weltmeisterschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017